Ja, und damit herzlich willkommen zu einem kleinen Let's Play von diesem süßen, süßen, süßen Point-and-Click-Adventure, glaube ich, mit Namen Old Man's Journey. Wir schauen einmal ganz kurz. Oh, es geht direkt los. Ist klar. Wir schauen nichts, wir gucken direkt los. Ja? Was ist denn? Was hast du denn für mich? Einen Brief. Aha. Hm, okay. Wenn's sein muss. Bestimmt wieder eine Rechnung. Hm, 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 hm. So, das war ich noch. Wanderstöckchen abschließen. Schlafsack hinten drauf. Ja, was stand da drin? Was, ähm, was ist jetzt die Neuigkeit? Ich würde die gerne lesen. Wir gehen erstmal zurück. Ach süß, da sitzt er hier jedes Mal so einen kleinen, blub, so einen kleinen Wegweiser. Ich, ähm, würde den Brief gerne lesen, Freunde. Habe ich ein Inventar? Nein, okay. Ähm, oh, hier, Tomate. Wollen wir eine mitnehmen? Verdammt. Hm, okay, ich glaube, ins Haus komme ich wahrscheinlich nicht mehr, ne? Ja? Nein? Oh. Oh, wie süß, ich kann das Winzer auf und zu machen. Okay, warte, wir können aber jetzt vielleicht hier unten hin. Aha. Ich wüsste jetzt sehr gerne, was in diesem Brief gestanden hat. Warum müssen wir aufbrechen? Hm, 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 hm. Gut, ist hier irgendwas? Können wir schwimmen? Wahrscheinlich nicht. Okay, wir können hier zwar hin, aber hier ist nicht wirklich was. Ich dachte, wir könnten noch eine Runde Möwen füttern oder so, was man halt als alter Mensch gerne macht. Aber gut, offensichtlich geht es auf große Wanderschaft. Wohin auch immer. Wir haben Rucksack mit Schlafsack und Wanderstöckchen, wollte ich gerade sagen. Ein Wanderstab oder Stock dabei. Können wir nochmal aufs Klo gehen? Ihhh. Da kommt nicht ernsthaft eine Fliege aus dem Klo. Okay, das ist bestimmt die Hausfliege. Lassen wir sie mal einfach da. Gut, hier in den Vordergrund kann ich leider nicht. Das heißt, wir gehen jetzt mal und schauen, wo wir überhaupt hin sollen. Ach, wie süß, guck mal da hinten. Das ist ja niedlich. Wo komme ich da irgendwie hin? Wir gehen mal einfach weiter. Hallo? Ah! Läuft der da jetzt? Ach, er kann nüpfen. Na wunderbar. Können wir doch mal gleich Hallo sagen da hinten. Das ist ja süß, wie der einfach so von Berg zu Berg hüpft und dann... Ach, was. Okay. Ist nicht so ganz perspektivisch korrekt, dass er von hier vorne nach da guckt. Aber gut, okay. Ach ja. Schön ist es hier. Hui. Huiuiui. Hehe. Oh je, ich habe Angst, dass sie abbrechen. Machen wir lieber nicht so doll. Wollen wir ein Weinchen trinken? Die Musik ist noch ein ganz bisschen laut, ne? Können wir mal kurz irgendwo... So ein ganz bisschen. So. Ich hoffe, es ist jetzt nicht zu leise, aber... Das wird schon passen. Äh, so. Okay, also das hier können wir hin und her schaukeln lassen. Ich würde gerne eine Flasche Wein oder so trinken. Können wir reden? Hm? Nein. Aber? Oh. Hm. Die Musik klingt anders. Oh. Oh. Gucke mal. Da waren wir wohl als junger Matrose oder Seemann oder so. Und, ähm... Hm. Ich denke mal, dass wir das waren. Daran erinnert uns die Musik wohl. Lang ist her. Lang ist her, alter Mann. Das waren... Hm. Vielleicht waren wir das auf dem Dach. Mit einer Freundin. Vielleicht. So. Bosquette. Berge. Odell. Wir sind wahrscheinlich in Frankreich, so wie es aussieht. Würde zumindest passen. Ähm... Wir gucken mal. Oh. Zum Hotel. Hm? Wie? Hm? Du sollst da rüber! Hm? Gut. Die ganze... Ah! Ah. Kann ich jetzt? Ach, wie jetzt sich. Okay. Da habe ich ihm einfach mal die ganze Landschaft runtergezogen, damit er da laufen kann. Das ist ja interessant. So. Was haben wir denn hier oben? Hallo. Das können wir nicht weiter runterziehen. Können wir mal kurz Hallo sagen gehen? Oh. Hallo, Kleiner. Hm. Wie cool das ist, dass man das hier alles hin und her ziehen kann. Oh, Kätzchen. Katschü. Hallo, Kätzchen. Sie schläft. Oh, sie schnurrt. Hört ihr das? Oh, süß. Boah, da könnte ich ja gar nicht so still daneben sitzen, ne? Ich würde die jetzt durchknudeln. Auch wenn sie schläft, aber ich könnte nicht widerstehen. Oh, dieses Schnurgeräusch. Das ist so süß. Hallo, Kleiner. Oh. Oh. Entschuldigung. Wollte ich nicht wecken. Da tingelt sie von dann. Oh, okay. Wow. Tja, jetzt sitzt er da. Gleich muss irgendein Feuerwehrmann kommen und dich wieder runterholen. So, wollen wir mal gucken, ob wir hinterher kommen. So, dann müssen wir doch eigentlich hier drauf. Nein, da hoch sollst du. Ach, da kommst du nicht hoch? Hm. Ich würde halt hier oben gerne gucken gehen. Da sind noch offene Türen und... Aber ja. Ähm, hm. Ich dachte eigentlich... Ah. So. So, jetzt ist alles runter. Jetzt ziehen wir das nochmal hoch. Aha, gucke mal. So wird ein Schuh draus. So. Hallo, Mietz. Oh. Tü-tü. Toller Nachbar. Tschüss, Katze. Hm. So, wir gucken mal, was die Nachbarn hier oben zu sagen haben. Hallo, Oma. Das ist typisch, ne? So eine Oma, die den ganzen Tag nichts zu tun hat, als aus dem Fenster gucken. Komm, lass uns mal die Klappen vor ihrer Nase zuschlagen. Was fällt dir ein, Junge? Was tust du? Tür? Garagentor ist irgendwie... Oh, wir können Vögelchen verscheuchen. Puh. Kommen die auch wieder? Hm. Fahrrad klauen? Können wir nicht. Okay. Wäre auch ein bisschen fies gewesen. Ist hier noch irgendwas? Oh, stopp. Da ganz hinten wollte ich noch gar nicht hin. Ähm. Können wir die Tür aufmachen? Nein. Radio. Stört die Oma das auch? Schön, wie das Radio auch zur Hintergrundmusik passt, ne? So, im Takt. Cool. Oh, da ist die Katze wieder. Warte auf mich, Katze. Jetzt ist sie da ganz oben. Hui. Ich finde das cool, dass man hier so die Wäscheleiden und sowas bewegen kann. Hm. Ja, die Frage ist, wo wollen wir hin? Ich weiß ja nicht, wo wir hin müssen. Ich weiß ja nicht mal, warum wir unterwegs sind. Darauf wackelt irgendwas im Busch. Oder war ich das jetzt? Das sah so auffällig aus. Ah, okay. Moment. Moment. Theoretisch kommen wir, glaube ich, auch auf die Dächer. Ich gucke mal ganz kurz. Jetzt kann man sich noch bewegen. Ne, wenn man drauf steht, geht es nicht mehr. Aha, okay. Ich schaue mal gerade. Was ist hier denn alles markiert? Die drei Hausdächer und die ganzen Ebenen, sozusagen. Aber hier hoch will er, glaube ich, nicht. Machen wir einfach mal dicht. Okay, das Auto hat seine besten Tage hinter sich. Das können wir also nicht nehmen. Wir gehen mal hier unten weiter und schauen mal. Wir könnten auch zur anderen Seite rausgehen, aber... Ich weiß nicht, ob wir dann wieder zurückkommen oder nicht. Mal schauen. Nicht? Äh, okay. Okay. Da geht es also nirgendwo hin? Ne. Na gut, dann müssen wir wohl hier unten lang. Mal sehen. Na. Auch nicht. Auch nicht. Ich ziehe mal alles ein bisschen hoch. Da, wo es geht. Na. So. Dann. Vielleicht kommen wir ja irgendwo nach oben. Vielleicht müssen wir doch nochmal zu der Katze. Also natürlich möchte ich nochmal zu der Katze. Hallo, Mietz.